Deine Mutter hat einen richtig dicken Limmel. Das kann aber auch nicht wahr sein, mein Pimmel ist so mega. Ja, schau dich, du nimmst nicht der Kampfkunst. Ist einfach ganz schön weit. Sag mal, gibst du Gegner in Pässe. Hab's nie je Spaß. Noll! 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 Okay, jetzt machst du halt halt ihn. Boah, komm schon, auf den Nippel drauf. Jetzt auf den Nippel, der Todesherst, ich habe die Leiter, der von der Abnitz. Noll! Noll! Einmal am Mars lecken, fünf Eule von Adi. Noll! Einmal am Mars lecken, fünf Eule von Adi. Noll! Einmal am Mars lecken, fünf Eule von Adi. Abnitz! Yeah! Ja, 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 ja Das ist hier aus Windows, Windows! Das ist hier aus Windows, Windows! Das ist hier aus Windows, Windows! Deine Mutter hat einen richtig dicken Lümmel! Mama, fertig! Die Vögel-Geddrehen Deine Mutter wirdsingen. Die Vögel-Geddaht-Wright Das ist so wichtig! Die Vögel-Geddaht-Wright Der Streicher-Folgen Und hier kann ich mit euch Vielen Dank.